ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich Willkommen zum ESL One Qualifier von Drs. King Football Ja, Spectator Variante Und diesmal, ja, 18 Uhr, ESL One Qualifier ist dementsprechend die ersten und ja, 18 Uhr 15 geht's los, 18 Uhr wird bekannt wer gegen wen spielt Ist halt auch für die Customers so ein bisschen schnell Aber das geht schon Ich hoffe das alles passt, Overlays neu gemacht und alles, ja, muss man dann sehen Außerdem jetzt eine Spectator Variante, das ist halt auch immer blöd, da kann man nicht Es ist positiv für mich, weil dann kann man nicht gucken, wo der Caster hingeguckt hat, wo man besser hätte hingucken können Ha, egal Wir sind im Draft Football aus den USA, ich glaube Luxemburg Server, von daher ein starker Nachteil erstmal für den Football Aber die Buns erstmal relativ Standard, würde ich jetzt mal so behaupten Wie ihr auch schon seht Mit Razor, Viper, Faces Void Ja, noch nichts besonderes Ähm Hier, ja genau, der Razor gepickt und trotzdem pick ein Bondus den Faces Void in den Razor Ähm Der natürlich erstmal so Das Problem, wie gesagt, das ist Chrono an Wenn der Link, äh, wenn der Static Link vorher dran ist, macht der Faces Void zu wenig Damage Ähm, Viper, Faces Void sind zwei starke Helden Prinzipiell muss sich hier Bondus entscheiden, äh, Skyrath Mage und Faces Void oder Viper und Void Einer von beiden wird nachher auf jeden Fall gebannt Oder auf dem Gegner gepickt Und da haben sie den Viper genannt Es gibt auch andere gute Faces Void Kombos, von daher Haben sie da auf jeden Fall noch ein bisschen was, was sie Was sie noch picken können Football hier mit dem Shadow Charmin Ja, sehr gut, äh, gegen Faces Void hat auch funktioniert, weil er den kontrollen kann In der Chrono, mit genügend Range Und schön zum Pushen mit dem Razor zusammen Es ist auf jeden Fall sehr stark gekommen mit den Wards Und, äh, Razor Void Team mit Uggers Da muss Bondus auf jeden Fall aufpassen Das ist auf jeden Fall, wenn gewonnene Teamfights kommen Und Sheldosharm und Razor sind relativ gut in Teamfights Wir müssen jetzt gucken, dass sie da nicht ziemlich viel, ziemlich schnell Tower verlieren Gleichermaßen im Football Zum Einde ist Gareth Mage, der ein Instabank ist, wenn er in den ersten 4 nicht gepickt wird Was relativ selten meistens ist Und Death Prophet hier jetzt auch verhindern, dass Bondus Die einen großen Teamfight haben und dann Tower pushen können Wohingegen Bondus wird sagen, naja, wir holen den Puckner Haben einen bisschen früheren Push Und haben halt vor allen Dingen auch die Chancen Nach dem gewonnenen Teamfight halt schnell Tower durchzumachen Denn das ist halt das, was sie brauchen Denn Football wird sehen, dass sie Relativ nah an der Base von Bondus kämpfen Und halt immer so dieses Okay, wenn ihr jetzt den Teamfight verliert, verliert ihr das Spiel Basically Weil die Wards gestellt werden Vielleicht sogar werden sie gucken, dass sie den Wards am Tower stellen Um halt dann auch schon beides zu machen Oder beim verlorenen Teamfight wenigstens den Tower bekommen zu haben Und auch immer Und so weiter und so fort Objective Base Dota sollten wir von Football sehen Bondus wird versuchen früh zu pushen Mit dem Vorteil Mit der Viper, dem Void und dem Puckner Sehr stark zu Snowballen Besonders Viper ist ein sehr guter Snowball Hero Ja und Football Delayed hier noch ein bisschen mit dem Earth Shaker Sehr viel Control mit dem Shadow Sharm und Earth Shaker Sehr viele Stunts Das gefällt mir Und halt auch sehr viel Wave Clearing Also wir haben Fissure, wir haben Isershock Und wir haben das Razor Plasma Field Was doch relativ große Range hat und sehr viel Wave Clearing Potential hat Ähm Halt auch in da rein zu kommen Weil Puckner Selbst wenn die Wave direkt stirbt Ja, man könnte argumentieren Der Nether Blast macht halt den Damage auch so Das Problem ist halt nur Wenn die Creepwave direkt weg ist Und außerdem man nicht direkt hinter der Creepwave stehen kann Stehst du halt ziemlich schnell alleine da Ja Und mit dem Wave Clearing mit der Fissure Ähm Ja, stehen wir mit dem Puckner alleine im Tower Was halt auch nicht so gut ist Außerdem ein Nether Blast pro Creepwave ist definitiv weniger als man als Puckner Spieler hätte Gerne Oder haben Hätte Wollen Tun Dinge Witch Doctor hier Von Bone Doctors Sehr schön Die relativ einfach zu exekutende Combo mit dem Festes Void zusammen Deathwater Mikrono und fertig Ähm Auch sehr schön Beide Seiten haben hier so ein bisschen Football Stehen halt hinter dem Tower Und Wave Clearing Lassen sie nicht herankommen Und äh Bone Doctors Haben halt So ein bisschen Naja Also Football kann nicht Deathen am Tower Und alle dahinter stehen Denn Wenn sie quasi alle Wave Clearing So ihre 3 Spells raushauen auf Max Range Kann Faces Void trotzdem reinspringen Chrono auf 3 Und dann Mit dem Witch Doctor stirbt da ziemlich schnell viel Daher picken Football jetzt den Elder Titan ab Ähm In der Hinsicht gefällt mir das relativ gut Weil du zum einen halt In die Chrono rein Das Ulti von Elder Titan machst Nämlich den Earth Splitter Andererseits auch Relativ gut mit dem Spirit hinter der Chrono stompen kannst Also sie haben jetzt zum einen die Möglichkeit den Witch Doctor Äh Abzubrechen Nehmen sie mit dem Astral Spirit einfach Stompen Zum anderen aber auch alle anderen aufzuhalten Ähm Die halt irgendwie hinter der Chrono versuchen in Position zu kommen Da kommt ein Stomp und dann ist prinzipiell die Chrono vorbei Und nur der Void lebt Beziehungsweise Naja der Spirit kann sogar in der Chrono stompen Das ist halt nochmal schwieriger für den Void Das zu machen Weil er wird halt in der Chrono nicht angegriffen Und deshalb wird er halt erstmal schlafen Und da ist es Der Elder Titan wenn er funktioniert Ein extrem guter Pick dagegen Weil er sowohl die Leute raushalten kann Als auch Witch Doctor Ulti abbrechen kann Als auch Faces Void In a way Contert Dadurch dass er den halt sleepen kann Das Problem ist nur Faces Void Ab Level 6 Fängt er an Chronos zu machen Elder Titan hätte eigentlich Gerne ab Level 9 Erst seinen Stomp geskillt Äh Wobei Level 9 Ja Level 10 oder so Von daher ist es halt jetzt ein bisschen Problem Muss er wahrscheinlich abweichen Und relativ früh seinen Stomp skillen Offlane Elder Titan sollte im Endeffekt Gleiches Level haben wie der Void Je nachdem wo er gelanet wird Wahrscheinlich Offlane Mit einem Safelane Pugner Und äh Ja Da muss er halt gucken Der so einen Stomp Rechtzeitig skillt So dass er den für die Chronos hat Weil wenn erstmal die Siege beginnt Wird relativ wenig Erfahrung kommen Und beide Teams Werden da vielleicht mehr Auf Richtung Teamfight gehen Und doch Chaos Knight Hier von Bone Doctors Interessant Aber äh Ja so ein bisschen Pocket Strat von Bone Doctors glaube ich Habe ich schon mal gesehen Also damit ein Support Pugner Wird auch interessant Ob der Support Pugner Die Levels bekommt Um früh mit dem Ätherblast Pushen zu können Aber auf jeden Fall Er hat relativ Ein scary Statisches Lineup Weil der Death Ward Und der Nether Ward Können halt stehen Und in der Krone Und zu springen Ist immer eine schlechte Idee Von daher haben sie hier beide So ein Standoff Lineup So ein bisschen Rubik war äh Von Football her Ein ziemlich guter Bann Noch Weil sie dachten Dass der Pugner halt Safelanen tut Und Juggernaut wäre Für die Amount von Stunts Und Slows Die sie haben Auch ein Problem Weil er halt da durchspinnt Und das in dem Sinne Alles abwerfen würde Wir schauen Football Braucht jetzt hier Noch Einen Safelane Carry Was Sein könnte Relativ Viel Wir haben ziemlich Viele Stunts Ein Morphling Wäre eventuell Gut Gleich auch sowas Wie ein Wraith King Wraith King Würde mir wahrscheinlich Am besten gefallen Denn er kann halt In der Krone bleiben Ohne aus dem Spiel zu fallen In dem Sinne Und wenn alle Leute Um die Krone rumstehen Dann trifft das das Ulti Von daher wäre ein Wraith King hier vielleicht Eine ziemlich gute Idee Jo Morphling würde halt auch gefallen Allerdings sind da Relativ wenige Squishies dabei Und Emberspirt 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 ist auch eine gute Idee Hier Denn Schneller Aknopf Und Er kann halt Wegspringen Das wäre hier auf jeden Fall Ja Wenn er schnell einen Finger hat Ist das auf jeden Fall eine gute Idee Andererseits müssen wir gucken Aus den USA Hast du bestimmt ein 100er Ping Das könnte ein Problem werden Hier für die beiden Teams Aber nun gut Werden wir dann sehen Wie es läuft Gut Streamer ist alles okay Gut Introducing the Teams Waterlord auf dem Faces Void Und hat auch direkt sein Ward Um Lord zu warden Kommt auf die Definition von Ward a lot an Tomahawk auf dem Auf der Viper In der Mitte In der Mitte Fever auf dem Makaran Makaran Auf dem Elder Titan In der Mitte 207 207 Auf dem Emberspirt I am Nesu Also Nesu wohl Auf dem Earthshaker Support Der wahrscheinlich ein bisschen Roam wird Und schon mal die ersten Wards wahrscheinlich erstellen wird Ja wird er Ähm Miles ist ein Support Shadow Charmin Und äh F4L Das ist nicht unbedingt ein F Das ist ein Frequenzzeichen Im Unicode Okay Frequenz 4L Ah Jo Der auf dem Carry Eraser Und ja Erstmal relativ viel Standoff Okay Erditeiten halt hier Geblockt Und ein schöner Wort auf jeden Fall Die Frage ist Haben sie Sentries Haben sie Sentries Die Frage ist halt ob sie es gesehen haben War relativ schnell unten Bin ich mir nicht sicher Schauen wir mal So Bin ich ja mal gespannt auf die Mitte Der Emberspirt hat so Ja Die Viper sollte Eigentlich da weit vorkommen Die Frage ist halt in den Flame Guard Da dämlich zu ziehen Das ist anders ja Auf der Offlane hat der Faces Void Ja Auf jeden Fall nicht so viel Spaß Es ist ein besserer Pick Für die Offlane Da die Stärke von Earthshaker Hauptsache Darum besteht die Leute Irgendwie hier abzu So dum 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 Hier zu blocken Und Faces Void da rüberspringen kann Aber sie haben trotzdem Aber sie haben trotzdem relativ viel Control Hier Andererseits Mal gerade auf der Mit dem Elder Titan Control Ist an sich schon da Oh Ward blockt nicht Ich weiß nicht ob das gewollt war Ich glaube nicht Weil die Vision hätte dann auf jeden Fall Hier besser gefallen Also hier wäre die Ward dann besser gewesen Von daher ist es wohl Ein bisschen Fail gewesen Glaube ich Vom Elder Titan hier Aber Warum klingelt jetzt dieses Telefon Es klingt nie das Telefon Moment Tch Tch Ha peinlich Ja gut Phone Call zu Ende Nichts ist passiert Ausgezeichnet Und Weiterhin Das Telefon war relativ laut Jetzt klingen in meine Ohren Ich bin wieder dran gewöhnen Dass es dort doch ein bisschen leiser ist Und der erste Disconnect Ausgezeichnet Hätte der Telefon nicht angerufen Jetzt kommen können Wait Ja Okay also das ist eigentlich die Lautstärke Wie es sein sollte Sorry Irgendwie hat sich das verstellt Ähm Guckt mal dass ihr eure Lautstärke jetzt So auf das machen würdet Das ist ein bisschen lauter Sondern das ist so die Maximallautstärke Und dann könnt ihr euch anpassen Jetzt Sorry Es ist ein bisschen äh War am Anfang bisschen lauter Die Lautstärke müssen es runter machen Weil wenn es zu zweit gecastet wird Ingame Dann ist der Dota Sound halt nur so laut Andererseits Dota Sound ist Ja doch Dota Sound ist okay Dann dürfte jetzt wieder alles okay sein Und der Dota Sound dürfte auch so So Reasonable sein Dass meine Stimme nicht viel lauter ist Und man nichts mehr vom Dota hört So Lastsits die Nice Ähm Die Mitte fängt so langsam an Halt hier Fünf Lastsits mehr Von Tomahawk Da noch ein bisschen Die Stärke von der Viper In der Lane auszumachen Das heißt gucken Okay Wird ein bisschen geharrist Auf beiden Seiten Aber die Viper hat dann doch hier Ein bisschen die Überhand Kann aber hier natürlich nicht weitermachen Denn das ist da Andererseits hier oben Erstbild könnte der First Blood sein Damageweise ist da Klar das Problem ist Der Erstbild macht auch ziemlich viel Damage Aber das sollte der First Blood hier sein Den sie Die Oh sehr schön gemacht hier von Sekar Dass er den Den Lastsits dann doch einbehält Und First Blood hier auf dem Chaos Knight Salok gibt Ähm Schön gemacht hier von Bondokdor Haben ihn halt ein bisschen eingesperrt War vielleicht ein bisschen cocky Ja nicht ganz gesehen Auf jeden Fall war er irgendwann In der Ecke hier Und dann war es so Ähm ja gut Okay hier komme ich jetzt nicht mehr raus Ähm Festes Void läuft hier In beide Supports rein Und stirbt jetzt gegen Hessen dafür Ups das war nix Ähm Ohne Wort tatsächlich Also das war tatsächlich Zufall Dass die beiden da waren So ein bisschen Auch bitter Außerdem hat natürlich Worte hier stand Von Festes Void direkt GD-Wordet Und Football Smoken Direkt in die Mitte Viper ist viel zu weit vorne Und sollte ins Death kommen Geht jetzt hier unten Hier weiter Fischer Block sitzt nicht Wenn jetzt äh Die Viper nach links läuft Ja was jetzt tut Ähm Sollte der Damage nicht ausreichen Ah Und Slide of Fist fehlte da Um eventuell die Kombo mit auf einen Zu machen Schön gemacht hier von der Viper Direkt nach rechts weg zu gehen Aber natürlich lag die Fischer auch ein bisschen Fischer war auf der anderen Seite Wenn ihr auf der einen Seite lauft Wär das Ganze vielleicht auch anders Meanwhile Elder Titan wird wieder gecatcht Stun 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 Und nicht mal ein Stun von Midjog Der ist noch nicht geskillt Von Fall of Damage geskillt Ähm Ja wenn der Cursed Knight hat Seinen Stun trifft Dann reicht es auch meistens Hehehe Okay Illus kommen hier ein bisschen Scouten ja nicht Aber ein bisschen Disrupten Wollt vielleicht den Pull abbrechen Aber der Pull wurde sowieso Nicht so ganz getroffen Ja Das Gute ist halt auch die Supports Prinzipiell auf Footballseite Können eigentlich den Void hier alleine lassen Denn Razer Void ist auf jeden Fall ein Lineup Was Razer Ja hands down gewinnt Die Frage ist halt Also ja ohne Supports Kann man die natürlich nicht Den Void außerhalb von Erfahrungsreichwerte lassen Aber jetzt mit Level 4 Ist es eigentlich sowieso egal Von daher könnten die Supports halt Entweder jetzt weiter die Mitte ginken Oder halt weiter pullen Also auf jeden Fall zwei Dinge die sie tun können Razer ist auf jeden Fall Fein Hier unten auf der Lane Äh oben Natürlich Was sag ich hier Jut Äh Graf Grafen Ist halt relativ unausgesichtlich Je nachdem wie die Killzeit laufen Bone Doctors hat ein Kill mehr Außerdem halt Gold haben sie konstant mehr Denn die beiden Farmer hier natürlich sind auf der Bone Seite Das wollen allerdings die Footballer jetzt ändern Und versuchen ein bisschen Pressure auf den Top Tower zu machen Ähm Single Pull hier eventuell Um den nächsten Push vorzubereiten Wie es scheint Ja auf jeden Fall wollen sie hier demnächst den Top Tower haben Was definitiv auch sinnvoll ist Denn Void kann halt eigentlich dagegen nichts tun Das Shaker wird wahrscheinlich die Arone securen Da sieht man auf Bone Doctors noch keine Keine Anzeichen dass sie das versuchen Ey der hat halt einen Level 4 doch noch bekommen Okay ich dachte er wäre vielleicht Lower mit zwei Deaths und relativ viel rauszuhalten Wie man jetzt hier sieht Also er ist ja doch schon ziemlich weit entfernt da Okay und Earth Shaker wird wohl versuchen den Void hier aufzuhalten Die Frage ist Fissure Range reicht nicht um die Komplätze zu blocken Andererseits kann er auch einfach diesen Baum hier fressen Und dann halt hier rum kommen Wenn ich hier oben sehe dass Fever jetzt anfängt zu spielen Heißt das wohl dass es vielleicht einen Disconnect gibt Keep in mind wir sind zwei Minuten unten Und keep in mind äh ja genau Kommt runter Und insta kill Das Problem ist natürlich dass Faces Void nicht wegspringen konnte Weil Shadow Shaman hat viel zu viel Control dafür Das ist halt so ein bisschen ein Problem für den Faces Void Ja er hat viel Escape aber Wenn er nicht bringen kann dann hilft das natürlich nichts Bone Doctors kriegt hier unten den Tower Und dann nimmt sich den Und wird damit Ja hat auf jeden Fall ein bisschen Escape bekommen Auf der anderen Seite natürlich Football nimmt den Tower mit ein bisschen mehr Schwierigkeiten Weil natürlich kein Ja dedizierter Pusher dort ist Aber auf jeden Fall fast gleichzeitig beide Teams hier 2-2 gleichzeitig die Tower genommen Die Last Hits sehen ein bisschen besser hier aus Allerdings Ja das sind vier Last Hits für den Für den Chaos Knight mehr Die Mitte sieht da schon ein bisschen mehr aus 20 Last Hits auf der Viper mehr Die Viper hat bisher noch nichts gemacht Von daher können wir quasi sagen Dass beide Teams Doch sehr stark even sind auf den Lanes Jetzt hier ja 0-2 Genau da ist Fever rausgekommen Ausgeflogen Ähm Oop Ja Beide halt Level 5 Beide 0-2 Äh Die Last Hits sehen natürlich Nein das hat halt ein bisschen besser aus Da er natürlich ein Spirit hat Und Naja Zu Last Hitten im Gegensatz zum Festes World Da er eigentlich nichts tun kann Außer zu hoffen dass die Lanes zu ihm kommt Was passiert wenn die Lanes zu ihm kommt Ist halt zum ersten ist der Link Dass er noch weiter zurück muss Und was danach noch übrig ist Er wird relativ schnell von dem Tower gefressen Beziehungsweise er winert er von den Tower Ja 7 Minuten beide T1 sind eingepusht Die Frage ist welche Team Welche von beiden Teams weitermachen Wir sehen hier halt schon den ersten Pull der wieder kommt Auf buggy Creeps die nichts tun Okay Ähm Ja Ich weiß nicht Wahrscheinlich wird Werden hier Football versuchen weiter zu pushen Im Shadowstam des Level 6 zu geben Und einfach T2 zu pressuren Bone Doctors kann das genauso gut machen Da Pugner natürlich Äh Sehr gut im pushen ist Habe ich gehört Und so Wardelot muss hier sehr 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 weit zurück gehen Obwohl es am T3 ist Kriegt hier jetzt ein paar Last Hits 100% mehr als Vor 7 Minuten bekommen In der Zwischenzeit Holt hier ein bisschen auf mit dem Mit dem Elder Titan Der trotzdem halt Relativ weit zurück bleiben muss S-Checker Äh Stellt hier eine ungewöhnliche Ward Die ja Nicht ganz blocken sollte Aber auf jeden Fall schöne Vision hier gibt Bin auch nicht ganz hier auf die Ecke rein Und versucht hier die Mitte zu holen Nächster ungewöhnlicher Ward Aber schöne Lane Ward Bereiten hier auf jeden Fall die Mitte vor Das kann man sehen Zum einen hier die Rotations Die hier gesehen werden Zum anderen halt Ja Diese Ecke hier Allerdings Irgendwie so ohne Punkt Na Dürft ihr jetzt hier den Öss Den Shaker spotten Ja Und das könnten sie sogar relativ schnell Hier turnen Ja und der Össchaker merkt schon Okay Er wird wohl gesehen Ja Und muss hier gucken Die Frage ist jetzt Ob Bone Doctors Jetzt die Leute zu ziehen Und okay Össchaker die Wied raus Ist eine sehr schöne Entscheidung gewesen Weil man halt gesehen hat Dass sie ihn sehen Vielleicht nicht warum Wahrscheinlich weil eine Ward hier steht So ungefähr Ja Aber auf jeden Fall raus Zipin Schöne Entscheidung hier So Jo Die Last Hits zeichnen sich jetzt noch ein bisschen mehr an Der Chaos Knight Hat jetzt schon 10 mehr Last Hits Als der Razor Auf der Safe Lane Allerdings Hat die Viper in der letzten Zeit Ein bisschen Farm nachgelassen Hat jetzt auch ihr Mech Von daher könnte man eventuell Pupener Viper jetzt sehen Wie sie die Mitte Ja wie sie die Mitte holen Emberspirit geht jetzt auch gerade auf die Top Lane Denn sie haben hier prinzipiell jemanden gefunden Und Chrono von Void Ist schön gemacht Außerdem Sehr schöne Chrono hier Dass der Chaos Knight da attackieren kann Aber leider ist da zu viel Damage Oder schönerweise zu viel Damage gewesen Der Trade ist bisher 2 zu 1 Das Problem der Pupener stirbt auch noch Oder auch nicht Da musste der Emberspirit doch noch schnell raus Und ja Ein 2 zu 1 straight Okay Offlane und Support für den Carry Wird Football wieder nehmen wollen Das Problem ist zwar doch relativ knapp Weil Football dabei sehr sehr low geworden ist Andererseits Der Razor wäre nicht dabei Wenn der Razor dabei wäre Wäre das auch wieder eine andere Sache Von daher Wieder ein relativ evener Teamfight Und Die der Razor jetzt nutzen kann Um seinen Farmvorteil wieder einzuholen Und jetzt in Führung zu gehen Das ganze könnte man dabei bei Viper auch sagen Die ihr halt ein bisschen dann Hier es ausbaut Also jetzt dürfte auf jeden Fall Der Farm auf dem Chaos Knight Wichtiger sein als auf der Viper Von daher müssen sie jetzt Wahrscheinlich ein bisschen Rotieren Denn die Viper hat jetzt erstmal das Was sie braucht Der Chaos Knight hat nur Trants Und Drums Muss man dazu sagen Wird wahrscheinlich demnächst irgendwie Yasha oder Sage gehen Oder sowas in der Art Werden wir sehen was er tun will So Ja auf jeden Fall passiert jetzt hier in der Mitte was Pupner hat den Wad gestellt Wird jetzt wahrscheinlich gleich anfangen Ein bisschen die Wads zu spammen Muss aber hier dann doch noch aufpassen Dass er da nicht vor dem Split getroffen wird Oder so Doch noch kein Stomp hier Auf dem Elder Titan Der vielleicht das mit Level 7 anfangen wird Denn besonders in solche Dinger hier Ist es doch sehr cool Einen Stomp reinzubringen Besonders wenn man so viel Follower hat Dann das Bild der da durchchained Dann eine Fischer die in alle kommt Und dann auch einfach der Shaker der einfach hingeht Und sein Ulti macht Der Tower ist jetzt hier gefallen Der Football muss jetzt gucken dass sie hier weg kommen Haben es noch geschafft Der Shaker steht hier gut Wir haben keine Vision da drauf Und die Wad gestellt Oh Und Chaos Knight ist jetzt hier Und wurde gefunden Von daher könnte es jetzt ein Problem werden Auf jeden Fall Andererseits stehen sie dafür ganz gut Um den Shadow Sharm Um relativ schnell down zu bringen Bringen hier die down Deathboard steht Macht ein bisschen Damage Na vielleicht ein bisschen zu früh abgebrochen Das hätte man noch machen können Oh Und versuchten den Nae zu rushern wahrscheinlich Aber keiner attackiert rushern Und der Oster Shaker geht damit auch down Es waren sie natürlich sehr greedy Hier zu stehen Und zu versuchen halt irgendwie Die Chaos Knight hier zu bekommen Weil ja der Rest kann halt Sehr schnell hier hinkommen Und da die Leute auch Sandwichen Da waren sie nicht Da waren sie halt hier alle eingestellt Und einer war hier Und ja Die Control war halt hauptsächlich Zu weit vorne Wenn die Shet-Bills von hinten Also quasi hier Von hier aus Hätte passiert Hätten da Football mehr machen können So war es halt Ja Sie haben vielleicht auch nicht mit gerechnet Wirklich jemanden zu finden Wenn ja war es halt Ja Hatten sie keinen Forder Gut Chaos Knight muss jetzt hier aufpassen Hatte aber eine Haste Drohne Und das ist dementsprechend sehr aggressiv Wenn man schon hier sieht Die war sehr aggressiv Vorne hat jetzt die Haste Drohne Ist gesehen Okay sie kommen wirklich Dann nutze ich das mal um halt raus zu kommen Tju Grafenweise Dead Even In Gold Ein bisschen vorne Nach 13 Minuten 3k Gold Ist nicht die Welt Besonders da Razor jetzt Doch mit dem Farmen Sehr stark vorne liegt Allerdings Bisher das noch nicht in Items Gesteckt hat Wahrscheinlich wird das wohl Nen Nen Aga sein Mech Wird von jemand anderem kommen Ich hatte eventuell in Älterheiten erwartet Dass das Mech baut Ups Okay Da haben sie Chrono nicht benutzt Einfach nur Lucky Da gewesen Und haben ihn getötet Das habe ich nicht gesehen Ich weiß nicht was da passiert ist Ob Shadow Sharm Koki wurde Und den Einsperren wurde In Chaos Knight Und Void zufällig da war Wahrscheinlich Andererseits könnte es auch Ein Chaos Knight gewesen sein Der ge-goat hat Und dann Doch relativ viel Damage gezogen hat Vom Shadow Sharm Andererseits wie ich gesehen habe Der Damage kam hauptsächlich Dass er die Woid-Side haben wollte Von daher vielleicht die Hälfte Dann Im eigentlichen Kampf Der Earth Shaker ist immer schon Relativ weit vorne Könnte auch hier jetzt Sich ein Fehler stehlen Und das könnte Hier ein Problem geben Ja Und Ja Sie gehen davon mal sicher Wir packen hier eine Death World auf Um den Razor zu holen Sehr wichtiger Kills Beide Carries sind jetzt Äh Glaube ich 1-1 Ja Wir haben Chaos Knight mit 3-1 Und wir haben den Razor mit 0-1 Auf jeden Fall beide einmal gestorben Allerdings hatte Chaos Knight schon Drei Kills Und was dementsprechend Net Worth Den Chaos Knight knapp über den Razor stellen Aber die 20 Lasted sind halt hier Genauso viel wert wie 3 Kills Und daher muss er da jetzt Ein bisschen mehr Lasted Ja Chaos Knight geht hier First Item Heart oder Könnte ein Heart sein Könnte natürlich auch ein Vanguard sein Aber das glaube ich jetzt eher nicht Gut Mana Boots für den Shadow Charm Und die Defense auf den T1 Tower beginnt Football TPT mit allem rein Und wird den erstmal so deffen Muss man natürlich gucken Wer da best am Siegen ist Weil sie bereiten sich jetzt hier vor den Clash zu machen Und ja Football geht rein Faces Void versucht hier weg zu kommen Und schöne Fischer Extrem schöne Fischer Und jetzt müssen sie fighten Faces Void ist nicht so sicher Wer da rein will Ist nicht immer noch nicht so sicher Wer da rein will Aber jetzt sagen sie okay Wir fighten das ganze Shadow Charm ist tot Aber Witch Doctor ist halt auch schon tot Und Razor geht down Boah Schöne Echo Slam Schöne Fischer Und jetzt können sie den Turn machen Genau Da können sie den Turn machen Faces Void stirbt schon Die Viper stirbt von den Voids Und Putna kommt natürlich auch nicht mehr weg Team Vipe für Football Sehr sehr knapp Aber verdient muss man sagen Perfekte Fischer hier Schöne Void Position Um den Rückzug komplett unmöglich zu machen Und wir haben auch gesehen Faces Void hat sich nicht richtig entscheiden sollen Ob sie da fighten wollen Und ob er da rein muss Oder ob sie vorher schon alle sterben Das hat ja Ich würde sagen Es hat Boah und Doktors ein bisschen den Fight gekostet Dass sich der Faces Void nicht entscheiden konnte Ob sie da wirklich ein Go machen oder nicht Und er hätte vielleicht halt Direkt vorne rein springen können Und den Burn Doktor so ein bisschen aus der Bredouille holen können Weil hätte der Heal noch weiter gegangen Hätte die Life Ponds sehr schnell anders umgehen können Auf jeden Fall wunderschöner Engage hier von Football Und der Earth Shaker hat es mit dem Echo Slam am Ende dann doch noch rumgerissen Und hat die nötige Kontrolle gebracht Dass der Emberspill mit dem Flamingard genug Zeit hatte Dass sie sie alle runter zu burnen Sehr schöner Engage hier Das Problem war halt Boah und Doktors wollten nicht fighten Weil die Krone nicht da war Gears Knight hat immer nicht so ein Ulti geskillt Aber gut Mit einer Elo ist es halt nicht so sinnvoll Football sehen jetzt hier Okay der Top Tower fällt Also traden wir das Ganze Allerdings kann Boah und Doktors hier eigentlich auch rein TP'n Wollten sie nicht so richtig Oder sie wollen die nein Na Ok Ohne Fight fallen lassen Das ist vielleicht nicht so sinnvoll gewesen TPs sind Ah TPs sind alle auf Coolern Ok Alle sind nach oben TP'n Schnell den Tower zu holen Dann ist natürlich klar Warum hier nicht mehr TP'n Versuchen wahrscheinlich T2 Das Problem sind jetzt Waren wahrscheinlich die Wads gestellt Lager ist noch nicht fertig Von daher wird es jetzt hier Wer kann schneller pushen Gehen schnell weg Müssen jetzt hier so schnell wie möglich Prinzipiell pushen Und dann bottom TP'n Football hoffen natürlich Dass sie die hier aufhalten können Und nach unten TP'n zu können Glyphe ist raus von Football Glyphe wird wahrscheinlich auch gleich raus Von Bone Doktors werden Da ist die Glyphe raus Allerdings Ja Ok Bone Doktors gehen hier rein Krono ist schön gezogen Dadurch kann der Elder Type nicht zurück Und Ja Er kriegt dann doch nicht den Earthshaker Tod Haben wir jetzt hier Zwei Zwei Und Ah ok Der Witch Doctor geht noch drauf Von daher wäre das Ein sehr guter Trade Für Für Bone Doktors Jetzt ist es natürlich auch noch ein schöner Trade Sie haben halt noch den Offliner bekommen dafür Allerdings so wie es stand Bin ich mir nicht sicher Ob sie das hätten tun müssen Weil Football haben Wesentlichere Cooldowns Auf ihren Ultis Und Hätten sie ok Die Wards sind hier unten gestellt Das heißt sie hätten einfach runtertippen können Hätten defen können mit Zweien Und hätten oben Immer noch den Tower bekommen Weil sie halt Naja Einfach von Neuem anfangen können Zu pushen Außerdem mit Zweien unten Hätten sie durchaus auch mit Zweien runtertippen können Und das ganze einfacher defen können Also Da wäre auf Seite von Bone Doktors noch besser gewesen Auf Seite von Football war es natürlich klar Wir pushen hier unten Und wir müssen mit Genug Keros da sein Dass Nicht einfach mit einem rein tp's Ähm Waren allerdings Um Ja Sie haben halt gehofft dass Leute runtertippen Und dass der Österreicher wahrscheinlich tp's erbrechen kann Äh Ist nicht passiert so Waren sie einfach nur zu nah dran Und Haben halt leider zwei Kills reingefeedet Das Ja Waren sie halt dann im Endeffekt zu nah dran Um äh Zu gucken ob es noch was machbar ist War es halt im Endeffekt jetzt nicht Jo Aber die Trades waren relativ even Zwei Supports und ein Offlaner Ist dann dabei drauf gegangen Towers auf beiden Seiten fallen Von daher Prinzipiell spitze ich das Spiel ein bisschen zu Nach 19 Minuten Ich möchte es jetzt nicht direkt denken Der Punkt ist aber Je weniger Tower im Endeffekt noch stehen Desto schneller kann das Spiel im Endeffekt Schnell vorbei sein Denn beide Teams haben sehr viel Push Und wenn dann nochmal so ein Teamwarpfeel hier oben passiert Dann kann das sehr schnell 2-3 Tower sein Und kann das auch sehr schnell Wrecks Sein Wenn da kein Wrecks ist Im Top der Stage Das ist halt auch ein bisschen wie ich Furt übernehmen sie sich jetzt hier Roche Können sie sich auf jeden Fall super tun Denn äh Mit den Wards haben sie da auf jeden Fall den nötigen Damage Um Roche halt sein zu machen Waren Doktors haben auch kein Roche Ward Haben halt sehr viele Wards hier oben Was den halt jetzt kostet Dadurch dass halt der Tower halt jetzt weg ist Und die Wards nutzlos sind Wir sind jetzt der eine Ward Der hier timet er jetzt aus Der hat seinen Dienst sehr sehr gut getan Da halt bis jetzt Ziemlich viel oben los war Vorstand stirbt jetzt Razer holt die Aegis Nicht Emberspirit Was ich vielleicht erwartet hätte Da Razer halt sein Wobei es stimmt Eye of the Storm bleibt glaube ich Mit der Aegis erhalten Von daher Ist es kein Transformation Hero Im Sinne des Sins Okay Ja der Farm Razer breitet sich halt weiter aus Ihr seht es ja hier Emberspirit holt die Viper so langsam auch ein Da so langsam Waveclearing Auf jeden Fall hier von Emberspirit Online kommt Ich weiß nicht Battlefury Wird bald soweit sein Knapp 1000 Gold noch für das erste Battlefury Und dann wird das ganze Ding Ziemlich viel Ziemlich scary Bone Doctors sind jetzt im Mid Game Haben auf jeden Fall jetzt hier hoch Football skaliert wesentlich besser ein Snake Game Emberspirit Razer Shadow Charm Und dann auch der Elder Titan Sind da sehr gut Und äh Jo Beide Seiten fangen jetzt an online zu kommen Und müssen sie hier gucken Was macht Bone Doctors da aus das Moken Ich habe keine Ahnung was wir da wollen Das Bild entdeckt hier nichts Okay Jetzt snacken sie sich ja von Shadow Charm Diese Kill haben sie nicht gesehen Baaah Holt nochmal sich 25% Leben ab Aber Andererseits auch praktisch 19 Sekunden Cooldown Ist auch nicht wenig Muss man dazu sagen Haben die es mal nicht gerechnet Ich finde das jetzt Bone Doctors doch einen Wartier haben Und der Schöpfchenstand bezahlt wird mit seinem Leben Ja Viper ist relativ tanky jetzt Hier mit der Pipe auch noch Hätte auf jeden Fall Full Tank gebaut Die Frage ist halt Dadurch dass Football so viel Control hat Können sie die Viper eventuell ignorieren Wenn sie die ein bisschen kontrollen Und dann auf den Rest gehen Und dann auf den Rest gehen Earth Shaker blinkt nach 22 Minuten schon Auf jeden Fall sehr gut Und Ja nicht MVP direkt perfekt Schon für mich Aber Sehr sehr schön gespielt Shadow Charmler hat auch schon den Blink Es ist doch relativ viel Farmer auf den Supports Auf jeden Fall für den Shadow Charmler überrascht mich ein bisschen Weil sie haben Viele Wards Sie haben auch D-Wards Und trotzdem haben beide Supports den Blink Das ist überraschend Auch bei der Ja 23 Minuten Battle Fury ist auch okay Von daher Irgendwie fehlt hier kein einziger Farm oder Argas wie gesagt schon ein bisschen länger fertig Der Elder Titan hat das Mech Wird jetzt ein Force Staff bauen Ja Football ist ready Okay Smoken jetzt hier unten Und gucken ob sie da ein bisschen was machen kann Bornlockters sind alle Mitte Und daher wird jetzt hier wahrscheinlich noch kein Engage sein Smoke ist auch schon fast rum Vielleicht schauen sie mal Was sie unten machen können Und auf jeden Fall hier Mast-TPs forcen Jetzt hier Mal schauen ob die Kriege noch sieht Ne lassen sie sich erstmal nicht zeigen Okay Bornlockter smoked jetzt von hinten an Das Problem was ich jetzt hier sehe ist Das sind 4 Müssen wir gucken wer halt hier gesplitteter steht Sie finden auf jeden Fall hier jetzt Hinten beide Das könnte sich jetzt böse erwarten Und Chrono auf 2 Chrono auf 3 Sehr schön gemacht hier Und schöner Witch-Dokter heute Schöner Witch-Dokter-Ulti Phantasmus raus Nur eine Elu Und was für ein Damage der Death-Word hier macht Immer noch zu 0 Das könnte ein 4 zu 0 Trait sein Mit Aegis Ja immer das Bild wird hier nicht nochmal reingehen Und Razor wird versuchen weg zu kommen Hat aber keine Chance hier weg zu kommen Wunderschön gemacht hier von den Bone-Dokters Wie ich aber schon gesagt habe Das hätte auch böse ausgehen können Wenn ja alle hier wären Und nicht auch noch hier gefunden wurden Prinzipiell war es Tagesvision Und sie haben den Punkt nach relativ lange hier gesehen Vielleicht dachten sie es wäre eine Elu Aber dann ja Sind sie doch relativ lange hier stehen geblieben Und der Seeker hat lang genug hier überlebt Dass der Rest seiner Mates Die von hier kamen Ja Football Relativ schnell clearen können Und eine schöne Krone Die tatsächlich 3 getroffen hatte hier Mit dem Ja Mit dem Elder Titan Der da glaube ich sogar noch reingelaufen ist Da ein bisschen dumm gelaufen Wurden sie quasi von ihrer eigenen Von dem eigenen Smoke Berascht Ja Aber auch ein bisschen lucky natürlich Weil Bone-Dokters hat das absolut nicht kommen sehen Haben hier Ja Zur richtigen Zeit Gut gesmoked Und naja Das meine ich hier Wenn da jetzt Uh ja genau Das ist Range Harassment vom Feinsten Wenn da jetzt noch eine Fischer reinkommen würde Oder ein Echo Slam Wäre das ganze sehr sehr schnell anders gelaufen Und mit einem 3er Wipe Das ist Sieht halt relativ Ja Unschuldig aus Aber sowas kann sehr schnell passieren Besonders Stomp wird jetzt hier gelevelt Drei Sekunden schon Das kann sehr schnell anders aussehen Tugner wird hier gecatcht Und Deathwad steht Macht ein bisschen Damage Hört den Shadow Sharm raus Und sie turnen das hier tatsächlich Das war ein relativ einfacher Gang Kompletter Deathwad In die Leute reingekommen Level 2 sogar Und Razor wird jetzt hier wahrscheinlich down gehen Zum zweiten Mal In relativ kurzer Folge Rick Jogged ist hier weit vorne Aber sie sollten da nicht reingehen 2 zu 1 ist der Trade hier Sie haben den Razor bekommen Das hat es schon ausgesagt Chrono rein Schöne Chrono Kann allerdings jetzt nichts machen Er hat hier versucht zu Stompen Allerdings Versucht er hier wegzukommen Sollte er aber nicht schaffen Wird er von den Creeps geblockt Und stirbt Schöner Stomp Das Problem war natürlich Dass er mit Reality Rift Der Chaos Knightchen rausgezogen hatte Und so weit weg war Dass er vom Stomp nicht getroffen wurde Außerdem kam der Stomp natürlich auch zu langsam Weil er halt Auf cooldown war War halt ein bisschen dumm gelaufen Aber schön hier Bitte schön hier gesehen Da noch rein zu gehen Und jetzt sieht es ein bisschen schlimm aus Das Problem für Bone Doctors Und schön für Footballer Ist natürlich jetzt Dass die Pugner nicht da ist Und äh ja Damage auf den Tower Sieht Der Chaos Knight macht ein bisschen Damage Ja Hat jetzt auch so eine Art Das war also doch eine Art Aber so richtig Damage Sieht natürlich anders aus Emberspirit ist down Razor kommt wieder Das können Da können Bone Doctors nicht weiter Weiter pushen Und äh Buyback wird hier erspart Hat er auch Hat er auch Doch Nein ne Quatsch Doch Aha Nein doch Oh Buyback ist ready Wäre ready gewesen Auf dem Emberspirit Brauche aber zum Glück nicht Denn äh Ja Daedalus Bisschen erstmal ein Crystallis Wäre hier auf dem Emberspirit Erstmal besser gelaufen Sentry Ward wird auch bald Hier den Server Ward sehen Er steht schon Eine Minute hier Und der noch nicht so lange Von daher Präventiv Außerdem Na Das könnte knapp werden Ich würde aber sagen Der ist out of range Ist ja die Frage Ob inklusive Diesem Pfeil hier Oder exklusive dem Pfeil Sehr 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 knapp Können mal verschiedene Kameraperspektiven durchgucken Aber äh Aus der Perspektive Sehe hier draußen Aus der Perspektive Drinnen Äh Ja bin ich gespannt Wie die Mechanics So laufen hier Okay Ich weiß Das Ward wird hier Gesehen Tatsächlich Ähm Ja Aber sie wissen Nicht wie viele dahinter sind Weil sie halt nur den Sentry Ward haben Daher wollen sie hier nicht committen Aber jetzt könnte es wieder Wersen Der Stomp könnte die Initiation sein Die Frage ist ob sie die bekommen Außerdem Ja Kriegen sie ein Sollte ihnen aber nicht ausreichen Genau Der Ward könnte Tatsächlich Bones perfekte Na okay Der Bone stand halt super Von daher konnten sie nicht reingehen Und Bondoktors haben ein bisschen gehofft Dass sie da reinkommen Wenn sie das so sehr gehofft hatten Wie der Wojter glaube ich Seine Krone machen wollen Hätten sie tatsächlich Einfach zu dritt dort stehen können Und quasi diesen perfekten Stomp Baten sollen Und ich glaube den hätten Football genommen So ein Stomp auf 3 Da kann man auf jeden Fall Darauf initiierten Und in dem Sinne Es äh 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 Keine Ahnung Ein bisschen Quasi Noch mehr greedy Beziehungsweise Extrem Sneaky Gespielt hätten Hätten sie da vielleicht sogar Einfach sich zu dritt Zusammen stellen können Hätten sie stompen lassen Und der Ward hätte hier Seine Krone gezogen Und Hätte sie ziemlich stark Auseinander genommen Das war auch ein 3 Sekunden Stomp In der Zeit hätte Ja Hätte funktionieren können Wir schauen uns die Grafen an Bone Doktors legen den XP Relativ weit vorne Weil sie die letzten Sie legen 10 Kills vorne Und haben auch die letzten 2 Teamfights gewonnen Äh Gold sieht ähnlich aus Allerdings Tower Äh Ja Sie haben mit 1 Tower mehr Das sind wahrscheinlich Das ist halt Jo Die 2 K Vorne Vorne Allerdings Es ist doch noch relativ beachtlich Sie legen 1 Tower vorne Haben aber Roshan auch abgegeben Also in halbem Tower Liegen sie vorne In Objectives Der Rest ist alles auf Bone Doktors Mist gewachsen Und der nächste Smoke Mal schauen Wahrscheinlich wollten sie Roshan finden Roshan dauert immer noch 1,5 Minuten Shaker Shaker kommt hier Sieht jetzt den Ward Oder Die Vision ist hier da Oh sie haben die Vision halt noch Und natürlich springt der Facesport halt einfach hoch Deathboard ist schnell unterbrochen Das war wichtig hierfür Die Frage ist halt Ob es nicht schon vorbei ist Und das sieht so danach aus Als ob es schon vorbei ist Der Team halt für Football hier Deathboard stand Schön wurde unterbrochen Aber die Chrono Das Problem war natürlich Sie wurden hier gesehen Sie haben auch den Ward eigentlich gesehen Sie müssen ihn gesehen haben hier Andererseits könnte es natürlich sein Dass die Earthshaker Vision hier irgendwie aufhört Und äh ja Ach quatsch Das ist so ein Observer Ward Nicht dumm Ja Okay Beide Seiten hatten Vision Und äh Der Ward hat die Er hat die Möglichkeit genutzt War halt bitter das CDD Ward Ich bin nicht ganz Hier wurde es ausgelaufen Bevor was passiert kann Jetzt muss Football aufpassen Dass das Game hier nicht abgeben Mecha ist gezogen Razer kommt noch weg Na Dürfte eigentlich durch das Maledict poppen Ja Bam 300 Damage für das Maledict Krass Sehr sehr unterschätzt das Spell Und die ersten Racks gehen Für Borne-Doktors hier down Wobei Mass Buybacks Earthshaker geht rein Kriegt 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 Chaos Knight lebt immer noch Oh Das ist bitter Kriegen ihn einfach nicht tot Elmas Build läuft Und es sieht sehr sehr stark Mit dem GG hier aus Razer hat ein Dieback Stirbt hier zum zweiten Mal Die Urne Reicht nicht ganz Ok Razer lebt noch Aber Elder Titan geht hier auch down Sollte die zweite Set of Wrecks werden Und ich glaube damit Mit dem Fight hat quasi Football gerade das Game aus der Hand gegeben Wir sollten das GG bald sehen Ja Hatten einfach mit dem Mack zu viel Leben War sehr knapp Aber haben halt keinen down bekommen Und dann hatten sie halt zu fünft einfach auf das Team Down äh weiter drauf gebrügelt Ich habe auch ehrlich gesagt hier in dem Match nicht viel von den Pings gesehen Äh Besonders in Sachen Embers Build Aber ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet Weil Es war doch sehr lange relativ knapp Und es ist jetzt am Ende mit den letzten drei gewonnenen Teamfights technically 4 Äh Haben Und das jetzt das Spiel doch relativ überragend geworden 4 Sekunden ist dann Easy Deathboard wäre nicht wirklich nötig gewesen Aber Letting it go Nochmal Für die Zuschauer Allerdings in der falschen Richtung Wenn man umgekehrt Ja Mal schauen ob sie hier noch was tun können Schöne Össplitter Dann in die Fischer rein Aber Nicht viel viel machbar Kriegen hier den Void noch Der ja ein bisschen grün hier vorne ist Bone Doktor sollten sie auch Ähm Ja Witch Doktor Von den Bone Doktors Sollten sie auch noch bekommen Allerdings Ja Sind das halt jetzt Feats von Bone Doktors Die das Game schon sicher Eigentlich in ihrer Hand wissen Müssen sich ja da bedingst Tatsächlich jetzt nicht noch zurückziehen Und ja Bone Doktors Müssen sie sich neu gruppieren Und dann einfach reinpushen Oder sie Creeps machen lassen Erstmal Haben wir jetzt natürlich hier auch keine Eile Muss man dazu sagen Tipe ihn jetzt hier einfach raus Sagen sie so Okay wenn ihr euch keinen GG Gönnen wollt Wenn ihr keinen GG callen wollt Dann Naja Lassen wir es halt laufen Roshan ist da Ohne Razor fehlt ein bisschen der Damage Vielleicht Mit den Wards schon Aber Wards wurden hier geplaced Von daher Auch keine Wards da Dementsprechend fehlt Football Der Damage um Roshan zu machen Und Bone Doktors können sich hier zurücklehnen Razor hat Immer noch mehr Farmer Als der Chaos Knight Das Problem Das ist Dass der Chaos Knight 5-2 ist Und Razor natürlich 1-6 ist Gewonnene Team Falls machen halt sowas Ne Das sehe ich da Witch Doktor 8-2 Ja so ein Death Ward Macht schon schön viel Damage Dass man ganz viele Last Hits setzen kann Ja Einen Gem Hier auf dem Fernersham Die sehen Ja den Wards sehen sie hier noch nicht ganz Tja Honestly Wie könnte Football hier zurückkommen Prinzipiell Wahrscheinlich auf dem Immerspilt Den man hier unterschätzen sollte Im Immerspilt kann man auch noch gegen Mega Creeps gewinnen Allerdings Ja Wird das wahrscheinlich Braucht er dafür noch ein Battle Fury und ein Crystalis Einen Daedalus Und ich glaube Sieht nicht so danach aus Als ob Bone Doktor es geben wird Wir werden jetzt hier gleich Roshan scouten Wir werden Roshan machen Und Ja Wenn sie hier contesten Könnte das Schlimm werden Außerdem ist von Von Football jetzt keiner da gerade So richtig Mal schauen Sind jetzt alle da Noch haben sie Zeit auf jeden Fall rein zu gehen Die Frage ist halt wie Erstmal noch eine Tactical Pause Die meine Disconnected Mal schauen Okay Elder Titan hat nur einen kurzen Reconnect Vielleicht wegen Lags Astral Spirit Kommt hier glaube ich schon zurück Und dann müssen sie wahrscheinlich auf den nächsten Spirit warten Das könnte auf jeden Fall Schwierig Verbohren noch das werden Wenn der Spirit hier Hier schön reinkommt Das Spirit geht hier wieder zurück Sie müssen hier auf jeden Fall So langsam rein Sehen hier Haben wir dir hier Die Vision Hier rein Echo Slam nur auf 2 leider Pipe ist jetzt draußen Und die Watts stehen schön Das Problem ist jetzt nur Oh Und der Void stirbt da da Einfach hat aber seine Krono gesetzt Und der Witch Doktor ist halt tatsächlich Der damage jeder Control da 1 zu 3 der Trait Faces Void Stirbt Und aber Ja Einbar Spirit kann halt auch nichts machen Der damage fehlt noch ein bisschen EG ist jetzt auf den Chaos Knight Und GG wird gecallt Zu Recht Das war halt so das Ding Hätten sie mit einem Ja Mehr auf Hätten sie vielleicht mit dem Astral Spirit Wenn der Stomp auf viel kommen wäre Auf Splitter rein Dann den Earth Shaker Ulti oder so Hätte das ganz gut funktioniert können So war das aber leider nicht möglich Schön gespielt von Bonn Doktors Das ist ja auch die Teamfights War sehr wichtig, dass sie es gewonnen haben Es sah relativ gut für Football Einmal auf dem Fight am T1 Tower oben aus Danach ging es allerdings Rapide Bergab für Football Ja Die Teamfights haben es ausgemacht Weiß nicht Vielleicht war da Pingprobleme daran beteiligt Man weiß es nicht Auf jeden Fall Schön gespielt von den Bonn Doktors Und wir schauen uns jetzt mal das Spiel 2 an Dessen Lobby noch nicht so ganz offen ist Beziehungsweise jetzt erst offen ist So Und da kommen Na gut Wunderte sind drin Ein Team Bescheid sagen und so weiter und so fort Ihr wisst es ja das dauert ein bisschen Karten Wir sind jetzt ein bisschen Warteschlangenmusik wäre wahrscheinlich cooler Aber, naja. Was? Was? Was ist das? Oh, andere Gegner. Na gut, dann sind jetzt meine Overlays nicht mehr nötig. Oder gehen meine Overlays nicht mehr an. Born to win KZ ist der nächste. Mit dem Titel umbenennen. Born to win KZ. Okay. Haben wir das mal im Stream geändert. Und, ja. Dementsprechend wird es jetzt hier auch eine Pause geben. Also zumindest ein Cut im Stream. Damit die beiden Matches auseinanderhaltbar sind. Ja, bis nach der Werbung. Was ist jetzt noch mal. Und jetzt mal. Und ich bin einfach alles. Vielen Dank.